Bevor wir gleich auf Kevins neuen Cardigan zu sprechen kommen, beziehungsweise die sehr auffällige Farbe, reden wir über Borussia Dortmund und ich stelle jetzt mal die Theorie auf. Englische Woche gegen St. Pauli, souveräner Sieg, dann ein guter Auftritt in Madrid, knappe Niederlage und dann ein sang- und klangloses 0-2 in Augsburg. Was sagst du dazu? Es würde zu Borussia Dortmund passen, aber ich glaube, es wird ein bisschen besser, aber auch nicht viel besser und es gibt einen Unentschieden in Augsburg. Würde in Hinsicht auf die Tabelle dann auch nicht so viel bringen. Wir reden aber erst mal über St. Pauli, beziehungsweise die Nachwirkungen des Unionspiels. Das hatten wir ja vor zwei Wochen, was ja, wie ich gerade angesprochen habe, sang- und klanglos verloren wurde mit 1-2. Die Folgen spürt man aber immer noch so ein bisschen. Ja, Nuri Schein hat es gesagt, wenn du so ein Spiel von einer Länderspielpause verlierst, dann auch noch diese Art und Weise mit all diesen Nebengeräuschen, die dann um Borussia Dortmund herrschen, das tut weh, das nervt, das zieht sich halt über zwei Wochen mit. Du kannst es nicht wieder gut machen schnell und dementsprechend ist die Stimmung auch nach wie vor in Dortmund noch nicht gut. Aktuell Tabellenplatz sieben. Ist jetzt nicht so wirklich das, wo Borussia Dortmund dann am Ende der Saison stehen möchte, auch wenn es jetzt nur eine Momentaufnahme ist. Ja, eine Reaktion muss man jetzt zeigen, wie so oft. Aber ich glaube, gegen St. Pauli kann es ja auch nur, egal in welcher Situation, einen souveränen Heimsieg geben. Ist jetzt für die Situation, glaube ich, gerade ein ganz guter Gegner. Also in der Phase, dass du jetzt auch mit einem Aufsteiger in diesen englischen Wochenstart ist, in diesen heißen Herbst, der Borussia Dortmund jetzt ja auch bevorsteht. Also ja, natürlich muss man jetzt aufpassen, was man sagt nach den Auftritten zuletzt in Stuttgart, in Berlin. Aber sie spielen zu Hause, sie spielen freitagsabends. Da geht ja sowieso nie was schief seit 20 Jahren und 38 Spielen. Also dementsprechend, klar, Borussia Dortmund ein klarer Favorit gegen Pauli. Und ich gehe auch stark davon aus, dass sie das Spiel gewinnen werden. Auch diese Serie wird irgendwann reißen, sage ich dir aus Erfahrung. Nur Schein hat Angst davor. Zu Recht. Das haben sie mir früh um die Ohren geworfen, diese Serie. Ja, er will nicht derjenige sein, unter dem sie reißt.